Andreas. Oliver. Hier kann man nicht mal in Ruhe seine Gitarre stimmen. Hör mal. Was machst du eigentlich hier? Hier kann man nicht mal in Ruhe seine Gitarre stimmen. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Ey. Was machst du eigentlich hier? Ich schaue, was du hier machst. Du bist hier bei Maybach. Ich bin hier bei Maybach. Komm, sag was Gutes über Maybach. Man kann nichts Schlechtes über Maybach sagen, Oliver. Komm, zeig uns mal den Stand auf der Guitarsummit 2019 in Mannheim. Mach ich. Läuft, 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 läuft. Hey, Andreas Schmidt-Matelle. Oliver Lohmann. Immer wenn ich neben dir stehe oder neben der Gitarre spiele, fühle ich mich ganz klein. Wieso? Das sind doch nur fünf Zentimeter. Ja, fünf Zentimeter am richtigen Platz. Ja. Was hast du hier? Das ist eine neue. Ich weiß noch gar nicht, wie die heißt. Ey Kilian, wie heißen die? Marilyn. Jede Gitarre sollte auch einen Mädchennamen bekommen. So ist es. Das ist eine Maybach Marilyn. Die ist brandneu. Das ist der Prototyp. Gezeichnet hat die Gitarre Ralf Martens. Das ist ein sehr netter Mann aus dem Norden, der unglaublich viele schöne Gitarren zeichnet. Und das ist eine Zusammenarbeit und mit Maybach und Ralf Martens. Die ist, die finde ich sehr sehr gut. F-Loch, F-Loch, F-Loch? F-Loch, ja klar. Sustain Block, gewölbte Boden, gewölbte Decke. Sehr schön. Habe ich gerade zum ersten Mal in der Hand. Richtig fetter Hals für meine Bärenprank. Du liebst die dicke Hälse. Ja, so ist es ja. Am liebsten C. Das ist jetzt irgendwie so ein CD-Übergang. Aber... Weißt du, was geil ist? Wenn du die Hand auf den Hals legst, dann sieht der Hals nur noch halb so dick aus. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Das ist echt übel. Echt übel, ja? Ja. Ja. Okay, komm, zeig uns noch mehr getan. Was? Dann haben wir diese... Hier, die da. Das ist eine... Die heißt... Mein Gott, ich sollte es wissen. Schön ist er. Okay, Name? Little Wing. Wollen wir ihn dazu holen? Da war es doch was. Irgendwie. Kilian. 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 Kilian, komm doch mal her. Komm doch mal her. Bring die Tele mit da. Ja, genau. Jetzt geht's los. Das ist Kilian. Er ist bei iMusic. Kilian. He's a man. Servus. Servus. Hallo, Mann. Freut mich. Ich habe ihn gerade gebummt. Er wollte eigentlich eine Gitarre stimmen, aber ich habe mir gedacht, komm, ich gehe mal so richtig auf den Sack. Machst du ihn dir einfach mal an und machst ihn fertig. Diese hier, Little Wing. Jeder, der bis jetzt in den vergangenen vier Stunden die Gitarre in die Hand genommen hat und den ersten Ton gespielt hat, hatte so dieses glückselige Erstaunen im Gesicht. Das wollen wir alle sehen. Unfassbar. Diese Gitarre ist richtig klasse. Super geiles Flaming, ne? Ja, auf beiden Seiten. Und der Hals ist genauso klobig wie bei der. Also das sind die identischen Neck Shapes hier. Die gibt es noch in geflammter Ausführungen. Mit gewölbter Decke. Und mit zwei Hamburgern. Und hinter euch ist noch eine. Genau die. Das ist nochmal eine andere. Auch nochmal eine Flame mit gerader Decke und geradem Boden. Und da sind überall Spirit of 59 Ember drin. Super geile Pickups. Ja, das klingt ganz großartig. Alle diese Gitarre. Ich spiele sie gerade in den letzten vier Stunden. Alle mal durch. Du bist ja schon Markenbotschafter hier, ne? Ich bin Markenbotschafter. Also aus vollster Seele? Aus vollster Seele. Spielst du die Dinger schon lange? Ja. Jetzt seit, Maybach habe ich jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren. Und ich habe mittlerweile fünf Stück gekauft. Weil es dir um den Ton geht. Weil es mir um den Ton geht. Alles andere ist dir scheißegal. Das ist ja was, was uns zusammen eint. Sonst nichts, ja? Aber das schon. Du kannst mir jedes Modell einer Gitarre in die Hand drücken. Die kann eher odd-shaped, wie der Franzose sagt, aus... Odd-shaped. Odd-shaped. Ja, so wie diese. Was ja im Prinzip aussieht wie eine Kreuzung aus einer Parler und einer Double-O oder sowas, ne? Ja, sowas. Und trotzdem klingt diese Gitarre elektrisch ganz hervorragend. Also, ja. Und genauso ist es mit, na, die muss ich noch checken hier, weil ich bin sicher, die wird auch. Weißt du was? Wir holen jetzt mal den Kilian hierher, weil der guckt ganz traurig, ja? Den hole ich jetzt mal her, weil der hat nämlich eine geile... Was hast du da? Komm her. Kilian hat eine Telemann. Ich habe hier eine wunderschöne Telemann, ähm, ein... Ich habe keine Ahnung. Soll ich den mal abnehmen hier noch? Der Gitarrenwahnsinn hier auf der Summit, ja? Ähm, du bist ja auch groß. Ist das bei euch so ein Einstellungsmerkmal, ja? Hauptsache, hauptsache groß die anderen Qualifikationen... Ich bin nicht klein, aber du bist noch größer, ja? Ähm, wunderschön bei dieser Gitarre hier auf jeden Fall das Pickard und die Abdeckung vom Elektrofach macht ein kroatischer Silberschmied für uns. Und da sitzt er wirklich und kratzt das mit der Hand raus. Mega! Das ist nicht irgendwie Computer gemacht, CNC-t oder wie auch immer, sondern das ist tatsächlich reine Handarbeit. Matte schwarzes Finish. Ähm, ja, schönes weißes Binding. Ist ja praktisch ein klassisches Modell von euch, ja? Genau, genau. Haben wir auch einen Shop, verkaufen wir super. Freut mich, freut mich. Ein bisschen, ja, ich sag mal, abgewandelt einfach. Genau. Noch ein paar Klassiker am Start, was haben wir hier? Wunderschöner Albatross mit einem P90. Guck mal, jetzt haben wir die Kamera verdeckt. Warte mal, ich komme mal hier rüber. Genau. Auch wieder Wolfgang von Amber hat uns den schönen Tonabnehmer gemacht. Ein absolutes Fliegengewicht. Ich glaube, die Gitarre wiegt jetzt so 2,7 Kilo oder 2,6. Also es ist einfach nur richtig geil. Ich habe sie gerade an einem vollaufgedrehten Marshall gespielt. Und wenn du die auf 1,5 drehst, wird es clean. Richtig clean. Also ein sehr guter, sehr guter Soapbar. Der braucht schon mehr als ein Pick-Up. So ist es. Voll geil. Ja, ja. Was haben wir denn da hinten? Wer will dazu was sagen? Ja, der Kilian weiß natürlich alles viel besser als ich. Aber was ich weiß ist, dass es diese Nick Page Collaboration Stratovari ist. Man darf ja den anderen Namen nicht sagen. Doch, doch. Du kannst ja alles sagen. Also was haben wir hier? Unsere Stratovari Custom Build bei Nick Page. Man sieht es auch sehr schön. Ich bin gerade mal so frei. Hier hinten mit seinem schönen Stempel. Wundergeiler Hals. Perfektes Finish. Sehr auffällig, möchte ich jetzt mal meinen, ist natürlich die Vorderseite. Green Paisley. Green Paisley habe ich auch noch nie gesehen. Green Paisley mit Gold Sparkle. Die Geister scheiden sich. Die einen sagen, ist das hässlich. Die anderen feiern es einfach total. Ich finde es super. Und das Parben gehen auf jeden Fall. Das Pick-Up. Ich meine, allein das Pick-Up. Schau dir das mal an. Meine Augen sehen da hinten noch hier. Da gehen wir mal hin. Was siehst du noch? Welche? Die da? Das ist natürlich der Klassiker überhaupt. Klar? Genau. Unsere Lester in einer wunderschönen neuen Farbe. Unser Iced Tea Faded. Die Spezifikationen unterscheiden sich nicht zu den normalen Lestern. Schönes Flame Maple Top. Ansonsten Mahagoni, Boden und Hals. Das heißt, ihr kümmert euch schon auch um die Klassiker im Gitarrenbusiness. Ja. Das ist so der erste Impuls. Und dann geht es aber auch weiter mit neuen Modellen, die wir vorhin gesehen haben. Genau. Eben. Wir haben den Eindruck, dass es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, wenn man jetzt den Namen schon mal gehört hat, mit eigenen Modellen mal loszulegen. Und deswegen präsentieren wir jetzt halt auch verstärkt, wie jetzt hier drüben die Marilyn oder auch die Convair. Genau. Die eigenen Sachen, das eigene Shape und versuchen das auch zu etablieren. Genau. Ist auch mit Andreas nicht so schwer. Genau. Er sucht einfach einen genialer Mann. Da lacht er. Aber hier, das ist auch. Das ist nach meinem Geschmack hier. Zu P90. Die musst du echt mal spielen. Ich weiß. Wenn ich die in die Hand nehme und spüre, wie leicht die ist und ich zupfe eine A-Seite, die ist brechend laut. Allein akustisch. Mega. Es ist allerdings nicht von Maybach. Es ist jetzt unsere Stanford. Oh. Auch gut. Können wir rausschneiden. Ist ja kein Ding. Gehört ja alles zum Vertrieb dazu. Die haben wir auch. Absolut. Haben wir auch. Bei euch. Ist keine Maybach. Stanford. Ja. Gehört alles zusammen. Ist ja so. Ja. Ist eine wunderschöne Gitarre. 2 P90. Komplett hohl. Preis, Leistung. Mega. Ja. Und die kommt auch noch zu mir in meine persönliche Sammlung. Weil du nimmst sie in die Hand und du willst sie einfach spielen. Wir sind auch alle so ein bisschen Gagger oder? Wir müssen immer. Immer. Immer weiter. Egal auf welcher Seite du stehst. Andreas meldet sich gerade. Letztes Jahr hier war der Prototyp von dieser Gitarre am Stand. Das ist nicht mehr der Prototyp. Das ist ein Serienmodell. Da war der Prototyp. Und der damalige. Und der damalige. Ich habe mich mit einem damaligen Mitarbeiter von iMusic hier fast gekloppt um die Gitarre. Weil die so gut ist. Aber leider hat er sie gekriegt. Obwohl du diese großen Hände hast. Und so Faustballst. Ja. Er hatte auch Pranken. Oh weia. Ich kann dir ja sagen. Aber die Gitarre ist richtig klasse. Und die ist laut wie du gesagt hast. Für Rhythmus-Gitarrenarbeit. Für Rock'n'Roll und so. Ist die. Das. Es geht immer um Ton. Ja. Ja Mann. Okay. Ja Maybach auf der Gitar-Summit. Was haben wir noch Neues? Äh. Hier die. Die Jazz-Pool mit dem Bixby. Und äh. 59 auch wieder. Ember 59. Ja. Die ist noch neu. Gibt es auch ohne Bixby. Steht da hinten. Ja. Ja. Und dann haben wir die Haged. Mit reversed. Haged mit reversed. Headstock. Hier oben. Und auch ein schönes Metal-Scratchplate. Und auch die Pickups haben. Und das sind jetzt aber andere. Das sind keine 59, richtig? Das sind die 60, irgendwas. Mojo 60. Und auch Ember-Pickups sind da drin. Die habe ich schon angespielt, die Gitarre. Die klingt ganz hervorragend. Für so funky Rhythmus-Sachen. Sie sieht eigentlich gar nicht danach aus. Aber die Gitarre ist hier drin. Die macht richtig funky Rhythm-Sachen richtig gut. Und dann probieren wir gerade noch eine Jazz-Poll mit reversed Headstock mit Charlie-Christian-Type-Pickups aus. Die klingt auch ganz wunderbar. Wenn du die direkt ins Pult spielst, denkst du, du hast eine akustische Gitarre, also ohne Amp. Ja, klar, klar. Die ist richtig klasse. Wie schön er die Gitarre hält. Wie schön er die Gitarre hält. Wie die Runden-Schilder beim Boxen, oder? Ja, ja. So, neun. Ja. Siehst du aus, als würdest du mal zur Session kommen und mal ein paar Gitarren mitbringen, oder? Ja, gerne. Dann machen wir den Lick of the Day. Lick of the Day. Lick of the Day. Machen wir. Lick of the Day ist das Beste, was es gibt. Ruf mich an. Rufen Sie nicht an. Wir haben gerade Jungen. Andi, bis zum nächsten Mal. 출aal. Aber da kann ich an. Und das ist das für richtig. Ich muss es gefeuert haben.